Der Winkelfilter bezieht sich auf die Stellung der Rohre untereinander, egal ob 90 Grad, 180 Grad. Unser System gewährleistet maximal Winkelfilter von 2 Grad. Das sieht man schön hier, indem ich einfach die Verbinder anziehe, zentriert sich der Verbinder und es wird automatisch ausgerichtet. Es liegt gut in einer Flucht, das heißt sie haben nachher keinen Grund mehr, das System nochmal zu richten, zu vermessen, zusammenbauen und sind fertig.